hallo und jetzt kommen wir auf meinen kanal pick oder können richtig wenn es wenn wir spielen mal wieder fortnight alle zwei wochen hier auf meinen kanal ja was soll ich sagen nach diesem update was soll ich zu dem overlay von fortnight sagen what the fuck ich finde das potestlich und komplett unübersichtlich ist aber meine meinung schreibt schon mal kommentare ansonsten würde ich sagen los geht's wir spielen null bauen okay wo sind wir hier wenn ich das wüsste was sind das für markierung welche mission muss ich da machen ich weiß es nicht aber ich probiere es jetzt auch nicht aus weil das nämlich alles basisorte okay das lassen wir mal für das video ich würde sagen wir gehen einfach mal raus und gucken was wir hier so reißen können den wir so killen können oder ob wir gleich sterben ihr werdet es gleich sehen die mission mache ich mal im privaten wenn ich ein bisschen mehr zeit habe so schön runter hier mit der heißen lady wir brennen und ja ich weiß gerade nicht was ich sage entschuldigung ich bin jetzt gerade eine halbe stunde wach es ist 8 uhr morgens ein bisschen zu früh ein bisschen zu früh zum aufnehmen aber man muss jede zeit niemals gamer na ja 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 ich will runter warum schon das sieht nach blut aus ich will runter ja noch ein partner noch ein kleider noch kleider kommt schon wo ist der hat noch ein kleider gehört wo ist der kleider ach da hinten misst dich brauchen dass wir so weiteres stand schießt habe ich gerade bekommen ja ich weiß ich würde sagen wir suchen uns auch mal zu holen mit dem zeit mir jetzt mal mal gucken aber mich vorher bemerkt oder ob ich mich ran streichen kann also er hat mich zwar mehr hat aber er schießt genauso scheiße wie ich worte pack also das war doch ein bot oder weil der hat ja noch schlechter geschossen als ich das ist ja also das ist ja heftig mega general daneben ja und noch kill nummer eins ist im kasten auch wenn es ein bot war kann passieren ach genau das war die mission die ich damals angefangen habe pizza party ja die habe ich nicht zu ende gebracht die habe ich damals nicht verstanden ja ja ich weiß wieder ok 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 ja 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 die muss ich auch noch machen ich würde jetzt sagen gut noch mal ein bisschen der handschuh ist denkbar echt cool weil man kann das schützende eiswand machen aber lieber nicht so volle energie jetzt kämpfen ich lud noch mal ein bisschen so zack irgendwas freigeschaltet sehr schön hier haben wir noch ein paar gold bahn kann passieren oja die kristin immer auch noch mit muni immer mitnehmen ganz viel muni der muni hat ist klar im vorteil na ja 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 ok oh ja wir können irgendwas aktivieren ja gut damit sich so langweich wird würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten kontakt wieder bis gleich und tag kontakt kontakt ich höre doch was kontakt kontakt war der schnell tot das war ein sehr kurzer kontakt kontakt ja ein sehr schöner kurzer fight und wir haben ihn auch was ist das ist das damit ihr nicht interagieren ein geist bei beiden halloween ist kein plan ich würde sagen wir sehen uns gleich wieder sehr gute position oder und ist kontakt sieht ihr das mal gucken ob wir uns den holen können aber natürlich nichts was auf die lange distanz trifft aber aber er glaube ich sagen ich muss ein bisschen tiefer gehen ja ich versuche es mal das blieb ist einfach runter jumpen ist doch ein bisschen blöd wie nur so wenig schaden da wird gedacht das macht mehr schaden naja ist mit mp auf die distanz alter schwede gut schaden gemacht mit dem benzin anhänger ich euch sagen drei kills so schnell das ist doch schon echt stark ich wollte eigentlich über pausieren aber gut jetzt pausieren wir uns sehen uns beim nächsten gegner wieder bis gleich ich glaube wir haben hier im kontakt irgendwie sah das so komisch gerade aus ja ich höre man da kann ich muss näher ran ich muss näher ran alter war das ein bord jetzt mal und scheiße hat ja gar nicht gerade wo ich hin bin ja doch noch was oder ja ich habe gerade gesehen dass das hier runter fiel oder so denkst du hä kontakt das könnte man eigentlich mal mitnehmen ja und dann machen wir das mal raus ja die pistol ist zwar cool aber naja lieber mal raus machen wir looten noch mal ein bisschen so sehr schön muni ist immer gut er ist so cool und super sagt es aktiviert ja also ich würde jetzt mal sagen wir sind beim nächsten kontakt wieder bis gleich das ist echt spannendes video 4 kills irgendwie wird geschossen und hört es ganz laut kann natürlich wieder sein dass du so ein pot zweit ist an ihr gegner ich würde sagen die nun uns mal genau ich treffe gar nichts ich denke ich auch was mit was war das ist wie easy fight a6 kills da war doch irgendwo wieder ein paar bots unterwegs hier selber haben sie sich nicht getroffen und ich will die hier mit der verdammten schrot ja wie war das wenn zwei sich streiten freut sich der dritte yes baby so kann es gehen ist doch schon mal ein sehr gutes video mit sechs kills ich hoffe ihr feiert das und ich würde sagen suchen uns den nächsten kontakt meine güte mal sehen ob ich hier irgendwas treffe man ok bleiben kann ich nicht gerade das war es das wäre es gewesen aber mein froh kann man ausschalten ja da hinten kommt er ja da hinten kommt er doch da hinten ist er doch unterwegs unser kleiner billi was für netter hit oder da würde ich nicht sagen kann war das noch ganz ordentlich ich würde sagen kontakt ihr kennt es oh geil ein wind kann heute kontakt kontakt ich habe keine ahnung woher scheiße sehr gut wollte ich mal ach von vorne nee warte mal ich habe kontakt irgendwoher außer ich gerade mächtig kassiert habe wo ihr habt das gesehen es hat mir noch geschossen woher ach da na toll der habe ich doch nicht gesehen oh mein gott ja die waffe ist kacke oh mein gott warum habe ich die mitgenommen die waffe ist ja echt kacke und die ist lila na ja was soll ich sagen kurz und knackig sechs kills und natürlich kommt irgendwann der echte gegner und kein bot und macht dich platz hat auch gut gemacht hat auch echt gut gemacht ich würde sagen dann rede kurz wenn ihr bock habt lassen aber da schreibt das kommentare für die glocke like das video ich bin hier mit raus wegen die ninja katze verloren